Was geht ab, Leute? Ich bin Marlon jetzt willkommen zu einem Video, Leute. Und bevor das Video beginnt, ganz kurz einmal Danke an Nolan Clothing für die Klamotten, also für das T-Shirt, ich hab drei Stück bekommen. Eines geht auch noch an Justin, checkt ihr mal aus. Erste Link in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Und ja, würde ich sagen, fangen wir mit dem Video. Concentration! Und ja, Leute, ihr habt es euch gewünscht, dass ich endlich mal eine Guess-Hell-Aid-Challenge mache, Leute. Grüße gehen dabei raus an die Schulter, du kannst, ihr wisst Bescheid, Leute. Das waren, bin ich eher ganz ehrlich, das waren die allerersten Leute, sind auch Kollegen von mir, die die Guess-Hell-Aid-Challenge sozusagen gemacht haben. Danach kam Alex V, der hat das so dargestellt, dass er das nicht von Deutsch-YouTuber hat, aber er hat das ganz klar von denen. Ich hab mal Snapchat eingeblendet für das nächste Video, wenn ihr Teil 2 sozusagen wollt, mit vielleicht einem anderen Special-Gast, der Special-Gast kommt gleich rein, Leute. Und ja, jetzt erklär ich euch ganz kurz einmal, was so wirkt sich dahinter, Leute. Ich hab euch gebeten, mir Bilder zu schicken von euch, natürlich von eurem Gesicht, ich hab auch Bilder von eurem Rücken oder so bekommen. Leute, wie soll man eure Alter erraten, schätzen, ich und der Special-Gast, halt wie alt ihr seid und Leute, solltet ihr mir Special-Gast sehen, wann die dich sehen? Komm rein, Digga, komm rein, komm rein, Digga. Komm rein, Digga. Ich bin's, Spettin. Fangen wir an mit der, Guess Your Age Challenge. Ja, Leute, ihr kennt ihn, das ist mein Albaner. Willst du noch mal sagen? Ich würde mich sehr gerne, oder? Fakt mir auf Instagram, unten eingeblendet und unten in der Videobeschreibung. Und ja, Leute, ich würde einfach sagen, von Anfang, fangen wir an. Ja, schon, wir anfangen. Ich, ich geb dir das. Ja, okay. Kommen wir zum ersten, Digga. Fangen wir an mit der, Claudia. Was schätzt du das? Leute, das Bild ist natürlich immer eingeblendet. Weiß nicht. Das kann ehrlich sein, dass sie so 13 ist, aber es kann auch sehen, dass sie 16 ist. Zeig aber 15. 15 ist right. Ja, Leute, eins für mich. Komm. Scheiße. Nehmen wir mal Amina. Leute, jetzt kommt das Bild für ihn. Ist, ist schwer auf jeden Fall. Hm. Geschminkt. Sagt 16. 16. 16. Musst dich enttäuschen. Sie ist 15. Scheiße. Leute, eins mit. Kommt zum nächsten. Zeig, zeig, zeig. Alles miteinander, ihr Leute. Geht's weiter mit. Emine. 11, 12. Muss ich dich leider enttäuschen, mein Freund. Sie ist 13. 13. Oh ja. Leute, schreibt mal rein, versuch mal mitzuraten, weil ich finde es persönlich echt schwer, bei Mädchen will. Heutzutage, wie sie sich schminken. Man denkt teilweise echt diesen 18. Nehmen wir mal die Onfleet Bosnien. Ja, nicht Bosnien, aber ihr seht, dass wir natürlich wieder eingeblendet. Wie alt ist sie? Oh, Mann. Das ist schwer. 14. Yes. Geil. Der zweite, Mann. Geht's weiter mit der Celine. Komm. Wie alt ist sie? Mit Hundefilter. Bisschen schwer. Hundefilter ist echt kritisch. Wenn die zweite sei. Ich sage einfach 13. Da liegst du. Völlig richtig. Mein. Mein. Bester. Leute. Das ist doch normal, Mann. Egal, Leute. Komm. Ich zeige mir die nächste Frage. Ich zeige mir das nächste Mädchen. Ohr gleich 3. Also das heißt, du kannst in diesem Bild 3 Punkte bekommen. 3? Ja. Geil. Fuck. Leute, ihr seht das Bild natürlich immer eingeblendet. Versucht mal mitzuraten. Ganz links. 100%ig 14. Mitte. Auch 14. 14, 15. Und ganz rechts. Sieht älter aus als die anderen. Also 15. Links 15. Mitte 15. Rechts 16. Du lachst. Einmal richtig. Einmal richtig. Also das ist jetzt 2 Punkte. Ich hab 2. 2. 2, 2. 2, 2. Also, Leute. Straight zum nächsten. Weiter geht's mit der Carla. Bayric. Geh bretten. Komm. Wer ist sie? Normal ist sie zu viel. Ich hab' ne Filter. Es ist nicht 14 oder 15. Schreibt mal rein, was würdet ihr sagen, Leute. 15. Was ist? Ja, richtig. Ja, ja, richtig. 3, 2. 3, 2. Zack, Leute. Schreibt mal rein, ob ihr sowas öfter hast. Oder allgemein. Mit dem. Albaner hier. Komm, wir machen straight zum nächsten. Wenn man nur eine gute, positive Bewertung unten darlässt. So. 4.000 Likes. Egal, Leute. Weiter geht's. Soll wir auch reden? Mhm. Danke. Kommen wir zum nächsten Mädchen. Die Celine Soraya. Wie ist sie? Ähm, sie ist... Ich seh' das schon in meinen albanischen Augen. Wow. 13. Bei Gott nicht. 18. F***. Ich hab dich geflaggt. Nee, hab kein Bock mehr. Es steht immer noch 3, 2. Leute, bei der hat gesagt, mächtig falsch, aber richtig mächtig. Aber du musst zugeben, sie sahen wie aus wie 18. Auf den ich hätte eigentlich so 16, 17 gesagt. Hast du dir dabei gedacht? Weiß ich nicht. Kommen wir zur Kia Beck. Dann schieß mal los. Hundefilter. Machen wir ein bisschen Hunde, ich sieh das nicht. 13. Nein, 14. Nein. Du hast 13 gesagt. Nein, du hast 13 gesagt. Sie ist 14. Du hast die Zeit gesehen oder so? 4, 2. Leute, kommen wir zum nächsten Mädchen. Einmal die Mimi. Wie ist sie? Wie ist sie? Was ist das? Boah, mit Hundefilter. Mit Hundefilter ist echt schwer. 16, 17. Ja. Kann wir zahlen. Starke Leistung. Wo ist dein Alter? Leute, ich hoffe, du hast das Alter mitgeschickt. Wie ist sie? Wie ist sie? Das ist die liebe Lotta. 16, 17. 21 oder so, ne? Na, auch 13. Was machst du, Junge? Teig. 14 noch 13. What the fuck? Egal. Schreibt sie krank, was Schminke ausmacht. Schreibt selber mal rein. Ich bin krank. Krank, wie schwach. Sieht man ja, wie ich rate, ne? Eigentlich rate ich immer gut, aber zu viel Schminke macht, scheiße. Kommen wir zur Edda. Wie alt ist sie? 12. 14. Ey, what? Ich bin 100%ig sicher. Ey, ihr habt so viele Snaps geschickt, ne? Kommen wir nochmal die erste. Die... Genau, kann ich leider vorsprechen. Wie alt ist sie? 15. 30. Oh nein. Der ist schlecht, Leute. Irgendwie macht es Spaß zu spielen. Kommen wir zur Lena. Wie alt ist sie? Ist das ein Tattoo? Oder ein Tattoo? Tattoo? Tattoo! 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 Ähm. Kann man der letzte Tage auch schon mit 16, 17 Mal, oder? Weißt du wirklich? Was ich jetzt drunter sagen würde? Unter 18 oder über. Ich glaub, sie ist safe, älter. Ich glaub, sie ist halt Minimum hoch. 21. Oha, Junge. 17 im Juli, 18. Also 17. Ich glaub mich nicht voll schlecht. Kommen wir zur nächsten. Einmal die Lina. Die älteste. 13. Die ist 16. Die liebe Lina ist 16. Battleburg. Zum Wiederholen. Keine Ahnung, wieviel Mal. Tipps. Was auch in einer Tor gemacht. Leute, wir drehen natürlich gerade als Bayern gegen Real... äh, spielt. Tschüss Bayern. Nächstes Jahr wird's vielleicht besser. Weiter geht's. Ich bin... Egal, Leute. Komm. 4, 2 immer noch, ne? 4, 2 für mich. Let go. Kommen wir zur... Dili Bibi. Warte, ich würd's ehrlich zwölf noch sagen, aber nein. Sie ist safe 14. Oder 3. Was sagst du? Ah... 14... Nein, 13. Sie ist 14. Nein! Ey, sie sieht aber aus wie zwölf oder so. Sie ist safe nicht 14. Ha, das steht doch da. Das ist gelookt. Gelookt? Nein, steht da. Also mach jetzt. Das war ne Lüge, glaub ich. Nein, 4, 2 immer noch. Ja, kommen wir zum nächsten Mädchen. Wie hat es sie? 16. 14. Leute, das sind dir kein Ende. Yo, Leute. Wir beide hoffen, euch hat das Video gefallen. Ich würd's einfach sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Warum nutze ich jetzt? Leute, checkt sein Instagram aus. Checkt auf jeden Fall. Nuller Clothing aus. Und Leute, vergiss es nicht. Sonntag den... Egal, ich bin es hier ein. Kommt die Roomtour. Ihr seht schon, das ist eine ganz andere Umgebung. Warum macht die ganze Tour? Also seid auf jeden Fall Sonntag um 17 Uhr aktiv. Bleibt richtig aktiv auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid richtig gespannt auf die Roomtour, weil so viele Leute schreiben mir. Mach bitte ein Roomtour. Zeig ein Livestream. Deine Roomtour. Zeig ein Livestream. Bitte dein Zimmer. Blablabla. Sonntag seht schon mal. Leute, seid aktiv. Und schreibt mal rein, ob ihr noch mal so eine Challenge sehen wollt. Oder allgemein mehr Videos mit Benzen. Und vielleicht kommt beim nächsten Mal auch eine Challenge mit Bestrafung raus. Wir werden es sehen, Leute. Checkt mein Insta, Snapchat ab. Deins dafür ist es auch. Es steht alles in der Videobeschreibung. Auch womit ich schneide. Ich bekomme irgendwie immer Fragen. Womit schneidest du dein Programm? Welche PC hast du? Welche Kameras? Es steht alles in der Videobeschreibung. Leute, checkt einfach mal die Videobeschreibung ab. Und ich würde sagen, raus rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ich hoffe, ich habe das Video gefallen mit mir. Wenn ihr noch ein Video sehen wollt. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Ich will Daumen sehen. Liebes Bescheid. Er wird Daumen sehen. Ich würde sagen, 1000 Likes, straight, easy, outright. Auf den Nummer so machen.